Massiver Gletscherabbruch in Dolomiten. Die Zahl der Opfer steigt auf 10, 5 Personen weiterhin vermisst. Wir haben das noch nie so gesehen. Auch Wissenschaftler wurden von der Gewalt des Marmolada-Gletscherabbruchs in den Dolomiten überrascht. Nach Bergunglück in Norditalien, neue Gletscherspalte an Marmolada. Behörden entdeckten, neue Gletscherspalte an der Marmolada. Vor zwei Wochen riss ein Gletscherabbruch in den Dolomiten 11 Menschen in den Tod. Nun schlug ein Hüttenwirt erneut Alarm, ein lautes Grollen kam ihm verdächtig vor. Italien, neue Spalte im Marmolada-Gletscher. Gletscherunglück in Italien, neue Marmolada-Spalte entdeckt. Tiefe Gletscherspalte im Marmolada-Massiv nach Gletscherspruch. Ja, diese ganzen Nachrichten, die kamen alle in den letzten Tagen. Alle großen Medienhäuser in Europa, nicht nur im deutschsprachigen Raum oder in Italien, haben darüber berichtet. Nein, auch der Standard in Österreich, auch das ZDF, auch die Tagesschau, auch der Bayerische Rundfunk in Deutschland, auch die Zeit, auch die Tiroler Tageszeitung, die Südtiroler Zeitung, die NZZ. Im Prinzip war die ganze europäische Medienlandschaft in den letzten Wochen zumindest einmal, also wirklich mindestens einmal mit dem Thema Marmolada und dem Gletscherabbruch gefüllt. Genau darüber müssen wir heute auch mal sprechen. Jetzt, wo einige Wochen vergangen sind und dadurch ein bisschen Distanz gewonnen werden konnte und vor allen Dingen man jetzt nicht auf irgendwie einen billigen Hype aufspringt, aber vor allen Dingen nehme ich diese Pause jetzt zum Anlass, auch wieder daran zu erinnern, dass das Thema keine einmalige Sache ist. Wir müssen uns heute mit der Medienkompetenz beschäftigen, mit der Medienkompetenz von den Medien selber, nämlich nicht mit der Verständniskompetenz der Medienkonsumenten, sondern vor allen Dingen mit den Leuten, die dahinter sitzen und entscheiden, was berichtet wird und was nicht. Und vor allen Dingen, in was für einem, ja, ich sag mal, in was für einer Perspektive man die Dinge eigentlich betrachten möchte, wen man zu Themen befragt und ob jemand nicht doch vielleicht auch befangen sein könnte, wenn er seine Meinung zu einem gewissen Thema kundtun soll. Über all das soll es heute gehen. Es soll natürlich auch über den Gletscher gehen. Es soll natürlich auch um das Thema der neuen Gletscherspalte auf der Marmolata und dem ganzen Gletscherabbruchsthema gehen. Aber ganz ehrlich, darüber haben wir doch alle mittlerweile genug gehört. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 73, die Gletscher. Die Gletscher, darüber haben wir uns schon mal unterhalten. Über das ganze Thema Gletscher, wie entstehen Gletscher, warum sind sie gefährdet, was hat der Klimawandel damit zu tun. Über all das haben wir schon mal gesprochen in einer ganz eigenen Podcast-Episode vor vielen, vielen Wochen und Monaten. Aber dieses Ereignis auf der Marmolata, das war ja dann doch etwas Besonderes. Denn es passiert eigentlich relativ selten, dass es die Medien doch interessiert, was auf unseren schönen Bergen so passiert. Die Berge sind ja für die Medienlandschaft meist eher ein weißer Fleck, ein blinder Fleck. Die Medien interessieren sich ja vorrangig für die Berge, dann, wenn es darum geht, dass sich irgendwelche Instagram-Leute irgendwo drüber gestolpert haben und ein Foto gemacht haben und dann 10.000 andere Leute hinterhergelaufen sind. Das alles ist natürlich, naja, mehr oder weniger berichtenswert. Und man sollte sich vielleicht auch mal Gedanken über die Rolle als Medium machen, wenn man, naja, vielleicht auch selber dafür verantwortlich ist, dass ein Spot beispielsweise oder ein gewisser Berg sehr stark gehypt wird und sehr viel Zulauf erhält. Ob man da nicht vielleicht auch eine gewisse Rolle als Mittäter einnimmt. Aber das ist vielleicht eher dann für die Journalistinnen und Journalisten, die hinter dem Schreibtisch und hinter der Tastatur sitzen, etwas zum Nachdenken. Aber grundsätzlich ist das schon mal eher ein schwieriges Thema mit der Medienlandschaft und den Bergen. Aber in diesem Fall war es ja wirklich was ganz was Besonderes, denn die Medien haben sich dazu entschieden, oh, da ist was passiert in Italien und da sind Menschen gestorben und da sind Menschen erstmals vermisst gemeldet worden und da war ein ganz großes Drama drum und deswegen, da fliegen wir jetzt hin. Da fahren wir jetzt hin und da machen wir jetzt ganz viele Aufnahmen. Und zufällig war ich am Tag danach, oder ja doch, am Tag danach war das meines Wissens, dann eine Zeit lang in den Dolomiten und bin sechs, sieben Mal an genau diesem Spot vorbeigefahren. Von dem aus alle Fotos gemacht wurden, die in den Medien so zu sehen waren. Ich habe kein einziges Mal ein Foto gemacht, weil ich bin dann mit dem Auto gefahren und ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, da stehen zu bleiben und auch ein Foto zu machen von einer Szenerie, die es im Internet jetzt schon ein paar Millionen Mal zum Download gibt. Insofern, es ist auch für mich persönlich, wenn ich jetzt über meine eigene Einstufung diesbezüglich nachdenke, nicht so wichtig, dass das passiert ist. Es ist natürlich tragisch, dass elf Personen sterben mussten, aber das Geschehen ist per se, dass ein Gletscher irgendwo abbricht, das ist für mich jetzt nicht so eine große News. Deshalb war ich im ersten Moment und nicht ich allein, sondern auch einige Leute in meinem Umfeld etwas irritiert über diese, ich sage jetzt mal, Medienlust, die da auf einmal aufkam. Dass man Menschen interviewt hat auf der Straße, haben sie das gesehen oder kennen sie jemanden, der das gesehen hat und kennt der jemanden, der wiederum jemanden kennt, der das gesehen haben könnte und was hat man für eine Meinung dazu, obwohl man da einfach nur oben steht auf dem Pass. und sich denkt, ist mir doch wurscht. So, es gibt ja viele Touristen dort, die stehen einfach da und haben dazu überhaupt keinen Bezug und dann kamen ja tatsächlich Kamerateams und Medien und sind zu den Leuten hingegangen und haben sie interviewt, als wären das irgendwelche Leute, die irgendwas dazu zu sagen hätten. Und das war ja schon mal absurd genug, finde ich. Als ich diese Szenen gesehen habe mit meinem eigenen Auge, nämlich nicht die Szenen des Gletschers, sondern die Szenen der medialen Aufreißer-Idee, dass man da wirklich das Ding jetzt einfach ausschlachtet und versucht, noch irgendjemanden vor die Kamera zu zerren, irgendeinen unbeteiligten Touri, der einfach die zwei Kilometer davon entfernt steht und das aus der Ferne so halb erkennen kann, das war schon mehr als nur schräg. Das war absolut, absolut absurd. Und als ich dann so ein bisschen darüber nachgedacht habe, wieso das eigentlich so medial aufgebauscht wurde, da ist mir erst mal aufgefallen, wie komplex das alles ist. Wir können es nicht dabei belassen, dass wir einfach sagen, naja, gut, da sind halt Menschen gestorben, ist das ein großes Thema oder sowas. Nein, ich finde, wir sollten da ein bisschen weitergehen und darüber nachdenken, was wir eigentlich in der Medienlandschaft so herangezüchtet haben an Sensationsgier, die nur dann ausgepackt wird, wenn es wirklich, wirklich tragisch wird. Weil, naja, zu anderen Zeitpunkten ist es ja dann doch eher irrelevant. Fangen wir bei der Frage an, wie kommt es überhaupt zu so einem großen Unglück? Man müsste das Ganze vielleicht etwas neutraler, etwas nüchterner, mit etwas mehr Abstand objektiv mal beobachten, ohne gleich irgendjemanden interviewen zu wollen. Diese Gletscherabbrüche, die finden auf der ganzen Welt überall statt. Denn die Gletscher sind ein Relikt der Eiszeit. Sie sind sehr, sehr alt und sie sind im Prinzip, ja, ich sag mal, sie haben schon ihr Ablaufdatum. Sie sind schon abgelaufen im Prinzip. Sie warten jetzt sozusagen nur noch darauf, dass sie wirklich endgültig verschwinden. Wir Menschen leisten dazu einen großen Beitrag, indem wir die Erde immer weiter aufheizen und Gletscher nun mal davon abhängen, dass sie, ja, dass es halbwegs kalt ist drumherum, dass sie schön eingekühlt werden. Und Gletscher haben auch einen gewissen Selbsterhaltungstrieb. Das liegt an ihrer Höhe und das liegt eben an der Durchschnittstemperatur auf der Erde. Sie können sich teilweise, je nach Höhenlage, auch noch selbst erhalten, aber insgesamt schrumpfen sie trotzdem. Also es gibt Gletscher, die wachsen. Vor allen Dingen im Winter wachsen Gletscher wieder etwas mehr, aber dann im Sommer schrumpfen sie mehr, als sie im Winter gewachsen sind. Ergo haben wir unterm Strich netto einen Verlust an Gletschermasse jedes Jahr. Und diese Masse, die jedes Jahr verloren geht, die steigt auch nochmal. Und das ist nicht nur bei uns in den Alpen so, aber es ist besonders in den Alpen zu sehen. Es ist auf der ganzen Welt so. Natürlich sieht man das in den Alpen besonders stark, da wir ja hier niedrige Gletscher haben. Die Gletscher, die auf 6.000 oder 7.000 Meter liegen, die sind aufgrund der niedrigeren Grundtemperatur oder der niedrigeren Durchschnittstemperatur natürlich nicht so stark betroffen. Da sieht man langsamere Rückgänge, denn da ist die Temperatur ganz oben ja immer noch relativ hoch. In den Alpen sind wir da aber schon lange drüber hinweg, was man ja auch in der aktuellen Hitzeperiode ganz gut beobachten kann. Wir haben es natürlich viel zu, viel zu heiß, auch in den Alpen, auch weiter oben. Die Gletscher leiden unterm Strich darunter. Dazu kann man jetzt stehen, wie man will. Es gibt auch Leute, die sagen, naja, ist ja scheißegal, Gletscher, irgendwann ist halt weg. Ich habe in meiner Episode schon mal versucht zu erklären, warum das nicht egal ist, dass diese Gletscher verschwinden und dass wir sie, solange es geht, erhalten sollten. Fakt ist auch, wir können sie nicht erhalten. Sie werden irgendwann verschwinden, weil es eben einfach deutlich wärmer ist als zu der Zeit, als sie sich gebildet haben in der Eiszeit. Ergo, wir sollten uns einfach nur um die Gletscher möglichst gut kümmern. Tun wir aber nicht und deshalb passieren, und das würde auch ohne unser Zutun übrigens passieren, nach früher oder späterer Zeit diese Dinge, wie zum Beispiel einen Gletscherabbruch. Die Gletscherabbrüche kommen so zustande, dass man auf verschiedenen Hängen mit unterschiedlicher Neigung auch unterschiedliche Gletschermassen vorfindet. Das liegt daran, dass wenn wir einen steileren Bereich am Fels oder egal welcher Untergrund darunter liegt, aber in der Regel ist es Fels, wenn wir einen steileren Untergrund haben, dann reißt der Gletscher mehr auf, weil sich der Gletscher sehr viel langsamer bewegt, als es quasi die Schwerkraft tun würde. Er ist ja eine feste Masse, die aber gleichzeitig in Bewegung ist, weil da spielen unterschiedliche Komponenten, aber vor allen Dingen Temperaturunterschiede, aber natürlich auch das Gefälle eine Rolle, und dadurch reißt der Gletscher an der Oberfläche dann streckenweise auf. Da kann es dann teilweise, wenn es sehr steil wird und dann sehr schnell wieder flach und dann sehr schnell wieder steil, auch zu sehr, sehr spannenden Formationen, sogenannten Seracs kommen. Auch darüber habe ich schon mal gesprochen. Die Seracs sind im Prinzip nichts anderes als Säulen und hängende, ich sage jetzt mal, so kleine Bäuche, die der Gletscher entwickeln kann, die über auch steilere Flanken einer Felswand beispielsweise drüber schauen können. Und genau die drohen immer wieder mal auch abzubrechen. So passiert das beispielsweise manchmal im Moblonmassiv, so passiert es manchmal auf der Mamoulada, wie jetzt gerade, so passiert es manchmal, oder was heißt manchmal, eigentlich sehr, sehr häufig in Nepal am Kumbu Icefall beispielsweise. Es passiert auf der ganzen Welt, weil die Gletscher eben in Bewegung sind. Neue Seracs bilden sich, stürzen wieder ein, stürzen vielleicht auch ab und nicht nur ein und so weiter. Alle Gletscher auf der Welt sind in Bewegung. Und das ist auch schon der erste Punkt, warum es so absurd ist, dass man in diesem Fall so eine riesige Berichterstattung darüber abliefert. Aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. In diesem Fall ist nichts anderes passiert, als dass man verschiedene Temperaturunterschiede und ein extrem labiler Untergrund an einem gestimmten Moment zusammengespielt haben und dadurch sich ein Teil der Eismassen gelöst hat, komplett unabhängig vom restlichen Gletscher wurde und dann in einem gewissen Moment einfach ein Übergewicht entwickelt hat, die kippt ist. Er wurde ja quasi schneller, weil er dadurch leichter war als der Rest der Eismasse. Und so kommt es natürlich dann auch dazu, dass er dann abstürzt, beziehungsweise beschleunigt erstmal und dann letztlich abstürzt. Dass das nicht einfach ist vorauszusehen, das kann man sich denken, denn sonst wäre natürlich dieser Gletscher auch schon vor langer Zeit gesperrt worden. Bei Felsformationen zum Beispiel ist es deutlich einfacher. Felsstürze oder auch große Felsstürze kann man sehr lange im Voraus schon, naja, nicht taggenau, aber zumindest auf einen gewissen Zeitraum eingrenzen, wann es denn passieren könnte. Bei Gletschern geht das in der Regel auch halbwegs, aber da gibt es zwei Punkte. Erstens mal, würde man das mit jedem Gletscher machen, dann hätten wir sehr viele neue Jobs in der Glaciologie, aber vor allen Dingen, und das ist halt uninteressant, das finanziert ja niemand, auf der anderen Seite ist es aber insofern auch gar nicht so einfach, weil die Bewegungen und die, ich sage jetzt mal, die Eigenarten des Gletschers schlechter vorherzusehen sind, als beispielsweise am Fels. So, und diese zwei Komponenten spielen eben zusammen, dass solche Dinge dann passieren und dass an diesem Tag und in diesem Moment auch keine Sperre für diesen Weg vorgesehen war. Das sind Dinge, die passieren einfach. Die passieren übrigens nicht nur hier, die passieren auch in Kyrgyzstan, wo es vor kurzem erst passiert ist, und da hat es dann irgendwie keine Sau interessiert, aber auch dazu gleich nochmal mehr. Nun ist der Marmolada-Gletscher wahrscheinlich seit, ja, ich sage jetzt mal, wann war das? Vor zwei Wochen oder drei Wochen, ist er wahrscheinlich einer der am besten beobachteten Gletscher auf der ganzen Welt. Woran liegt das? Auf der einen Seite liegt das daran, dass wir Menschen einer Spezies sind, die gerne erstmal irgendwas passieren lässt, und dann kümmert man sich erstmal drum. Das sieht man in ganz vielen Bereichen. Erstmal muss was kaputt gehen, Also erstmal muss jemand bei 100 überfahren werden, bevor man ein 70-Schild hinbaut, aber solange quasi bei 100 niemand überfahren worden ist, denkt man nicht darüber nach, dass da vielleicht 70 ganz schlau wäre. Das ist ein gängiges Beispiel aus dem Alltag, und das übernehmen wir Menschen eigentlich in jedem Bereich unseres Lebens, was nicht unbedingt klug ist, aber Prävention ist etwas, das ist in unseren Breitengraden ja überhaupt nicht erwünscht. Naja, das wissen die Krankenkassen am besten. Insofern muss man auch sagen, dass die Mamoulada-Geschichte eigentlich nichts großartig Besonderes ist. Aber auf der anderen Seite wurde unfassbar oft darüber berichtet, und das könnte natürlich auch daran liegen, oder damit zusammenhängen, dass es sehr nah an uns dran ist. Aber das ist eigentlich auch ein schlechtes Argument, denn jedes Jahr geht die Pasterze am Großglockner mit einer guten Geschwindigkeit zurück, verliert jedes Jahr viele Meter an Höhe und Länge, und darüber wird einmal im Jahr vielleicht, wenn es hochgeht, in einem Medium oder in einem zweiten Medium noch berichtet, so als Randnotiz, und ja, dann war es das eigentlich im Prinzip auch schon wieder. Jetzt könnte man hier sagen, gut, hier sind aber auch elf Menschen gestorben, und das ist ein ganz großes Drama, und vor allen Dingen, sehr viele Menschen haben es gesehen, waren im Prinzip live dabei. Es gibt Videoaufnahmen von Leuten, die den Weg kurz davor sozusagen passiert haben und dann nach hinten gefilmt haben. Es gibt auf Twitter ganz viele Videos von Leuten, die unten am Pass standen und mit dem Handy draufgehalten haben. Also wir haben sehr viel Nähe zu diesem Ereignis erzeugt, weil das ist in der Regel ja nicht der Fall, wenn beispielsweise in der Arktis eine extrem große Eisscholle irgendwo nochmal in zwei Hälften zerbricht, oder vom Festland abbricht, vom festen Eis abbricht, dann, das sieht halt kein Mensch, das passiert jeden Tag, interessiert keine Sau. Also auch wenn ich euch das jetzt erzähle, wird jetzt kein Kamerateam da hinfahren und das ganze Jahr die Gletscher dort beobachten. Also der Punkt ist, es ist halt zufällig in einem Gebiet, in dem sehr, sehr viel los ist, in einem touristischen Gebiet, auf einem touristischen Berg, und das heißt natürlich was. Auf der anderen Seite ist diese mediale Präsenz aber auch sehr scheinheilig. Und darauf will ich heute auch so ein bisschen hinaus. Wenn man sich überlegt, wie vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren mit der Klimawandel-Debatte, die da erstmals auch so richtig hochgekocht ist, mal wieder, auch wenn sie natürlich in den 70ern schon hochgekocht ist und dann in den 90ern wieder und in den Nullern immer noch und eigentlich eh schon immer, aber als vor sechs Jahren die Debatte erstmals jetzt wieder so nachhaltiger hochgekocht ist, da hat man irgendwie auch kurz so ein bisschen das Thema Gletscher angeschnitten, hat gesagt, naja, wenn die Polarkappen schmelzen, dann wird das mit dem Wasser irgendwie ein bisschen blöd und dann hat Österreich endlich wieder mehr Zugang und Holland ist quasi Atlantis. Aber irgendwie war das auch schon alles, was man mit Gletschern verbunden hat. Und die mediale Präsenz hat sich immer darauf konzentriert, ja klar, die Wälder brennen, die Dürren werden kommen, es wird Ernteausfall geben. Also im Prinzip all das, was wir diese Woche haben, damit hat man sich auch schon in den 70ern beschäftigt, aber damit hat man sich auch vor sechs Jahren schon wieder mal beschäftigt, hat so getan, als wäre das eine ganz neue Erkenntnis und die Gletscher wurden da aber irgendwie nie so richtig berücksichtigt. Und darauf will ich heute auch so ein bisschen hinaus, dass man den Gletschern eigentlich immer schon viel zu wenig Beachtung geschenkt hat, in zwei Aspekten. Zum einen dem Aspekt, dass sie tatsächlich wirklich gefährlich sind, weil sie einfach teilweise unvorhersehbare Dinge machen können, vor allen Dingen, wenn die Gletscher nicht streng beobachtet werden, wie wir vorher schon geklärt haben, die wenigsten Gletscher werden streng beobachtet. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch einfach diese fehlende Sensibilität der Menschen, nicht nur gegenüber der Gefahr als Natur sozusagen, sondern auch der Gefahr in Form von, naja, wie verhalte ich mich eigentlich auf einem Gletscher beziehungsweise wie, welche Fehler kann ich eigentlich machen, die mich dann letztlich in Gefahr bringen. Und gerade den zweiten Aspekt, da finde ich, sind auch Kursangebote zum Thema Gletscherkunde und so weiter viel zu schlecht aufgestellt, also teilweise frech schlecht. Da geht es einfach nur darum, wie gehe ich auf einen Gletscher, wie falle ich nicht in eine Spalte und wenn doch, wie komme ich wieder raus. Das ist halt alles sehr was Technisches und mit den Gletschern per se setzt man sich aber irgendwie nicht so wirklich auseinander. Und da gibt es ja eigentlich tolle Formationen. Man könnte sich damit ja eigentlich auch in Leergängen, die nichts mit dem Bergsteigen direkt zu tun haben, mal auseinandersetzen. Man könnte ja mal auf einen Gletscher wandern und sich damit auseinandersetzen. Wie kommen eigentlich solche Seracs zustande? Was heißt eigentlich ein Serac? Was tut das Ding? Bewegt sich das schneller, langsamer als der restliche Gletscher? Warum entsteht der genau hier? Warum stürzen die ein? Warum stürzen manche ab? Das sind Dinge, mit denen beschäftigen sich die wenigsten Kurse, mit denen beschäftigt man sich höchstens im Fachgebiet der Glaciologie. Aber eigentlich wäre es für uns Bergsteiger gar nicht mal so unwichtig, wenn wir wissen, wie sich ein Gletscher eigentlich verhält. Es gibt viele Informationen bei Tourenbeschreibungen. Ja, da soll man doch bitte aufpassen an dieser und jener Stelle, weil da kein Eisschlag sein und da gibt es oben hängende Gletscher und da könnte mal was abbrechen etc. Das ist ja alles schön und gut, seien wir uns ehrlich, aber daran hält man sich dann und hinterfragt das auch nicht so wirklich. Und ich finde das sehr schade, denn diese schönen, von Natur aus schönen Formationen, die könnte man ruhig etwas mehr beachten und vor allen Dingen ernst nehmen. Denn was passiert, wenn man sie nicht ernst nimmt, das haben uns ja jetzt die Medien die letzten zwei Wochen gezeigt. Und plötzlich sind alle ganz in heller Aufregung, mein Gott, da brechen ja Gletscher ab bei uns in den Ostalpen. Wie kann das denn sein? In den Dolomiten passiert das öfter? Ich meine, das gibt es ja nicht und da sind ja einige Journalisten, wahrscheinlich ganz geschockt in der Redaktion gesessen und haben gesagt, wie kann das denn eigentlich passieren? Und vor allen Dingen, hä, wieso brechen die jetzt ab? Ist das vor 20 Jahren auch schon passiert? Ja, ist wirklich auch schon passiert. Das ist ja verrückt. Warum stellt man denn keine Klimaanlagen auf den Gletscher? Dann bleibt da wenigstens kalt, dann stürzt auch nichts ab, dann sterben auch keine Menschen. Wäre das nicht super praktikabel? Es gibt in den Redaktionen ja sicherlich keinerlei Auseinandersetzung mit der Thematik. Also da wird halt sozusagen von der Südtiroler Zeitung, die sich damit mehr auseinandersetzt und Leute befragt, die davon wirklich Ahnung haben und die Bergrettungsteams und die Forscher, die jetzt mit dem Helikopter drüber geflogen sind und so weiter, die befragen die und dann wird das quasi einfach einmal reihum abgetippt in Europa und das ist halt ein bisschen schade, denn natürlich gibt es dann auch keinerlei Mehrwert gegenüber den anderen Medien beziehungsweise es wird wahrscheinlich nach dem stillen Postprinzip der Mehrwert dahinter auch immer weniger, umso mehr Redaktionen daran arbeiten und schreiben und das umformulieren, um es möglichst verständlich zu machen. Einen wunderschönen Kommentar habe ich übrigens im Standard gelesen, da hat jemand drunter geschrieben unter den Artikeln, nämlich dass eine neue Gletscherspalte aufgegangen ist, da hat jemand drunter geschrieben, die Berge rufen nicht mehr, sie kommen und das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig schön, denn die Gletscher kommen wirklich, sie kommen immer öfter runter und das wird auch in Zukunft immer öfter passieren. Meine persönliche Frage jetzt an dieser Stelle wäre aber, wird dann jedes Mal eigentlich darüber berichtet oder war das jetzt nur einfach dieser eine Ausnahmefall? Denn jetzt, heute, ist es eigentlich schon wieder relativ ruhig um dieses Thema geworden. Dabei sind die Gletscher doch ein wahnsinnig toller Indikator für den Klimawandel und auch für, ich sage jetzt mal, die Forderung, die man stellen könnte, dass im Sinne des Klimawandels deutlich mehr Maßnahmen passieren sollten, um die Dinge etwas zu entschleunigen, die ganze Klimaerwärmung und so, aber gut, da sind wir jetzt wieder beim Klimawandel-Thema. Es ist wirklich wie einer Eulen nach Athen tragen, es ist eigentlich sinnlos, darüber noch zu sprechen. Jedenfalls wird dieser Aufhänger nicht genutzt. Ja, es wird in einer kleinen Randnotiz erwähnt, ja gut, die Gletscher, die sind halt schon ein bisschen, naja, daran sieht man ja, dass es den Klimawandel gibt und so, ja, no shit Sherlock, wirklich wahr, es gibt den Klimawandel, unfassbar. Also, ich reg mich darüber fast schon gar nicht mehr auf, weil es so traurig und so durchschaubar ist, wie das Spiel hier läuft mittlerweile und die Medien machen hier alles falsch, was man falsch machen kann. Man könnte diese, dieses Szenario jetzt dafür nutzen, nicht nur einmal eine gute Headline zu haben, mit der man gut Klicks abräumt in den Online-Ausgaben, sondern wo man wirklich mal nachhaltig anfängt, über Gletscher aufzuklären, wie ein Gletscher wirklich funktioniert und warum vor allen Dingen auch für Leute, die mit Bergsteigen nichts am Hut haben, die Gletscher wohl das wichtigste oder der wichtigste Indikator im Bergland, im Alpenraum sind, um den Klimawandel festzustellen. Denn, wie man auch dieser Tage sieht, wir im Alpenraum, wir arschprivilegierten Leute, wir haben es noch, zumindest noch nicht, mit Dürren und großen Hitzeperioden in Form von Waldbränden zu tun, aber wir haben es halt mit schwindenden Gletschern zu tun. Wenn wir jetzt quasi unsere Grenzen dicht machen würden, dann könnte man meinen, es gibt keinen Klimawandel, weil bei uns brennt der Wald nicht. Also, wenn man sozusagen von den anderen Ländern nichts wüsste und keinen Informationsaustausch hätte. Aber wir können es eben an den Gletschern festmachen, denn das ist das Klimawandelmaterial, das wir zur Verfügung haben. Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt keine brennenden Bäume, aber wir haben schwindende Gletscher und wir sollten sie genauso ernst nehmen, wie in Frankreich und in Italien gerade die brennenden Wälder ernst genommen werden. Und das passiert aber in unseren Breitengarten leider überhaupt nicht. Die schwindenden Gletscher, die sind in den Medien an der Randnotiz, weil sie auch einfach egal sind, glaubt man. Weil sie einfach, naja, Grundwasser haben wir ja auch so genug, da braucht man ja nicht unbedingt Gletscher für, sagt man sich. Und auf der anderen Seite, wenn halt ein paar Leute mal vom Gletscher erschlagen werden, dann ist das natürlich traurig, aber es ist ein Kollateralschaden, was passiert und Bergsteigen, da sagt man halt einfach, Bergsteigen ist ein gefährlicher Sport, da redet man nicht drüber, dass das eigentlich nicht passieren sollte mit einem Gletscher, der vollkommen intakt und gesund ist. Aber ist ja egal, man kann auch einfach sagen, Bergsteigen ist ein gefährlicher Sport, dann ist das viel einfacher erklärt. Das, wir können das auch so machen. Wir können auch diese ganzen Nachrichten einfach ungenutzt lassen und einfach lesen, dass die tiefen Gletscherspalten, die jetzt an der Marmolada neu entstanden sind, dass das halt einfach wieder Natur ist und dass das halt eben so ist und Gott gegeben ist. Aber wir könnten es auch ernst nehmen und uns näher mit dem Thema auseinandersetzen. Und vielleicht sollten da einfach die Medien, und das ist ja mein größter Punkt in der heutigen Episode, vielleicht können die Medien da ja ihre Aufmerksamkeit auch nutzen und vor allen Dingen ihre Reichweite nutzen und auch ihrer Aufgabe nachkommen, tatsächlich ein Bildungsmedium zu sein. Die Menschen darüber aufzuklären, was die Gefahren am Gletscher eigentlich sind. Dafür müsste man aber Menschen fragen, die davon Ahnung haben. Und das ist natürlich immer mit sehr viel Aufwand verbunden. Und da gibt es ja viele Redaktionen, die sich davor scheuen. Und dann gibt es natürlich neben Journalisten und neben echten Medien und Zeitungen und aufklärerischen Magazinen gibt es natürlich dann auch noch den Springer Verlag, der sich dann mit reißerischen Headlines drüber stürzt. Und da wird natürlich nicht vom Klimawandel gesprochen, da wird davon gesprochen, dass das halt alles ein großes Drama ist. Schade, schade. Und Bergsteigen ist halt ein gefährlicher Sport. Scheiß Medien an dieser Stelle. Das ist jetzt mal so ein Pauschalurteil an meiner Stelle und sehr, sehr unsachlich. Aber was dieses Thema betrifft, sind Medien allesamt gleich inkompetent gewesen. Die Südtiroler Zeitung hat es hier besser gemacht. Die haben tatsächlich das versucht, gut aufzuarbeiten. Was wohl daran liegen mag, dass sie halt auch wirklich nebenan wohnen im Prinzip. Aber es hätte eigentlich im ganzen Alpenraum dafür sorgen sollen, dass man sich ein bisschen näher mit dem Thema auseinandersetzt. Ich glaube, es war die NZZ oder war es der Spiegel? Ich weiß es nicht mehr. Die dann einfach noch so einen Nebenaufhänger gemacht haben mit A. Aber übrigens auch unsere Gletscher sind in Gefahr. Ja gut, das ist halt ein bisschen schwach, meiner Meinung nach. Aber okay. Was ich aber wirklich interessant finde an der ganzen Geschichte, an der Marmolada, ist ja eigentlich, wie wenig Aufwand, das haben wir ja jetzt geklärt, die Medien eigentlich betrieben haben, um hier sachliche Aufklärung und Information zu liefern. Aber es wurde schon sehr viel, ja ich sag jetzt mal, Zeit und Geld investiert, gerade von den Reportern, die man da hingeschickt hat, dass die wirklich jeden Hans und Franz befragen, was sie denn davon halten und so weiter. Also und dass man wirklich einen Livestream hat von der Marmolada, von dem Gletscherabbruch. Da wurden dann plötzlich keine Kosten und Mühen gescheut und da merkt man halt, unterm Strich geht es um die Klicks. Komm, seien wir uns ehrlich, machen wir uns doch nichts draus. Es geht um die Klicks und wenn jemand die Kamera drauf hat, wenn es die nächste, ja wenn es die nächste Spalte quasi aufreißt und dann letztlich wieder ein Teil vom Gletscher abbricht, dann, ja dann hat das einfach, dann hat das einfach einen richtig großen journalistischen Stellenwert, wenn man das auf der Kamera hat, denn nur dann zählt es ja auch. Übrigens das, was in Kyrgyzstan passiert ist, was ich gerade erwähnt habe, das war ebenfalls ein so ein Gletscherabbruch. Da ist ein Teil vom Gletscher abgebrochen, genau durch dieselbe Ursache quasi. Also es hat sich einfach sozusagen durch eine Senke oder durch eine andere Steilflanke eben ein Einriss gebildet und dieser Einriss war halt irgendwann nicht mehr oder zu groß, die Verbindungsmasse unten am Fundament war nicht mehr stark genug und dadurch riss dann da was ab. Es war ungefähr im Faktor 20, was die Größe betrifft, vor allen Dingen, was das Ausmaß des Volumenverlusts betrifft. Aber es hat halt keinen interessiert, weil ja auch in Kyrgyzstan ist ja auch, hat ja auch nichts mit uns zu tun oder mit Klimawandel, sowieso nicht und es ist viel wichtiger, wenn das in der Marmolada passiert. In Kyrgyzstan ist tatsächlich niemand gestorben, es gab vereinzelte Verletzte, aber in Kyrgyzstan haben das alle überlebt. Es gibt auch eine sehr, sehr coole Aufnahme davon. Da hat ein britischer Tourist ironischerweise das Ding gefilmt, wie sozusagen diese Mordseislawine und die ist wirklich krass gewesen, vom, sozusagen, aus dem Seitental raus ins Haupttal, in den Hauptarm stürzt und fließt und dabei hat er sich, glaube ich, ein bisschen verspekuliert, das Video gibt es im Internet zu finden, da hat er sich eindeutig verspekuliert, denn er dachte nicht, dass ihn die Lawine noch erwischt, aber tatsächlich hat sie ihn auch noch erwischt, denn wie gesagt, das Ding war unfassbar groß, findet man aber überall im Internet, wenn man einfach nach Kyrgyzstan, Glacier oder sowas auf YouTube sucht, da findet man das Video von den britischen Touristen, ist auch, ja, relativ unterhaltsam zu schauen, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass wir wissen, dass alle Leute das Ganze überlebt haben. Trotzdem, darüber hätte man auch ein bisschen mehr berichten können, vereinzelt hat man Berichte darüber gelesen, aber wir können dieses Muster erkennen, aber wir dürfen es halt nicht sagen, wir dürfen über den rosa Elefanten im Raum nicht sprechen, dass unsere Gletscher aufgrund der massiven Klimaerwärmung, der Trockenheit und den hohen Temperaturen dermaßen in den Arsch gehen, das darf man leider nicht ansprechen, das steht in den Artikeln leider auch sehr, sehr selten drinnen, weiß ich nicht warum, vielleicht wäre das halt dann so ein bisschen zu kontrovers, kann natürlich auch sein, aber wir können uns einfach andere Gründe ausdenken, warum das in den letzten 20, 30 Jahren öfter passiert ist als davor. Wir könnten ja, wir können ja kreativ sein, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so für Ideen hättet, warum das passiert, vielleicht, vielleicht sind die Meinzelmännchen in den Gletschern unterwegs und sägen den, zersägen den oder sowas oder vielleicht haben die alle ihren Föhn mitgebracht und föhnen den dann sozusagen runter. Wir können uns ja ein paar Fantasiegeschichten ausdenken, warum das passiert, aber es liegt sicher nicht am Klimawandel und es ist vor allen Dingen nicht wichtig, irgendwas dagegen zu tun, denn, stellt euch mal vor, stellt euch mal vor, wir würden jetzt wirklich was dagegen tun und wir würden mit harten Maßnahmen in unserer Gesellschaft dafür sorgen, dass die, ja, die Klimaerwärmung langsamer vonstatten geht und dann würde in 30 Jahren wieder sowas passieren, dann würden alle sagen, seht euch das an, die ganzen Klimamaßnahmen, die ganzen strengen Maßnahmen, die unser Leben ja so viel schlechter gemacht haben, die haben alle nichts gebracht, weil jetzt ist trotzdem wieder ein Gletscher abgebrochen. Tja, Gehirn kann man nicht kaufen, aufs Gehirn kann man sich nicht bewerben, insofern schade, schade, aber deswegen machen wir lieber gar nichts, das ist besser, weil dann kommt der nächste Gletscherabbruch in 10 Jahren, aber dann können wir immerhin sagen, jetzt, jetzt, liebe Leute, sieht man den Klimawandel in den Alpen aber wirklich deutlich, also hallo, 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 jetzt müssen wir dann langsam echt mal überlegen, was wir dagegen tun, nur schade, dass dann die Gletscher wahrscheinlich schon weg sind, denn ja, die Gletscher sind endlich und jeder von uns, der am Leben ist aktuell, oder die meisten von uns würde ich jetzt mal sagen, die werden erleben, wie in Österreich auch der letzte Gletscher dahinschmilzt und das ist eine traurige Tatsache, die man sich vielleicht mal verinnerlichen sollte, wenn wir der natürlichen Lebenserwartung entsprechen, werden wir dabei sein, wenn in Österreich der letzte Gletscher vertrocknet, das sollte man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen, denn heute kann man das eigentlich gar nicht so richtig glauben, wenn man auf die Pasterze oder andere große Gletscher dieses schönen Landes, dieser schönen Alpen schaut, in diesem Sinne, denkt mal drüber nach und liebe Medien, ihr auch. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.